Hey, komm zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zu einem kleinen Special-Video, denn heute gibt es nicht so wie sonst immer, naja, Team of the Season Prediction, sondern die Vorstellung des Team of the Season Most Consistent. Es ist endlich bekannt, es ist schon seit dem 2. April bekannt, zumindest ist da die Votingfrist geendet und viele YouTuber haben auch schon so ein bisschen ihre Meinung bzw. Statement dazu abgegeben und vorgestellt, wer denn im Team of the Season Most Consistent drin sein wird. Ich noch nicht, ich habe es irgendwie ein bisschen verpasst wegen Abi und so weiter und so fort, aber jetzt werde ich es mal machen, ich sehe auch gerade zum ersten Mal das vollständige Team of the Season und werde euch jetzt ein Screenshot hier auch mal zeigen davon, einmal erstmal von der Startelf und zwar von Bronzen, wir gucken uns einmal das Bronzenheim oder Silberne und einmal das Goldene an und ich bin sehr gespannt, was ihr dazu zu sagen habt, schreibt es in die Kommentare, würde mich auf jeden Fall interessieren, es sind viele coole Spieler dabei und eure Meinung ist dann natürlich genauso wichtig wie meine, auch wenn meine ehrlich gesagt gar nicht mal so wichtig ist, aber das ist jetzt mal dahingestellt, weil ich stelle das Ganze hier nur vor, ich bin quasi nur die Stimme, die euch so ein bisschen was dazu erzählt und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an mit den Bronzespielern und da muss ich ganz ehrlich sagen, ich kenne davon Martenia, das ist der Torer von Darmstadt, der steht in der Startelf, ich kenne Denier, weil er ein Chancendenier ist, weil ich das irgendwie lustig finde, den Namen sieht aber richtig krank aus und ich kenne Tolisso, ansonsten kenne ich von diesen Spielern hier keinen, aber die werden alle ihre Leistung gebracht haben, wir haben Martenia im Tor, der Torer von Darmstadt, die ja sehr sehr lange ungeschlagen waren, der auch eine sehr gute Saison spielt und die wahrscheinlich aufsteigen werden dementsprechend verdient, Denier wahrscheinlich, ja bei Celtic ein sehr guter Spieler, sieht auch sehr stark aus, am meisten kann ich natürlich zum Goldteam of the Season sagen, am wenigsten hier zum Bronx ein bisschen was zum Silberteam of the Season, aber man muss sagen, es gibt schon so ein paar Spieler, die rausstechen aus der Startelf und zwar ist das einmal der Denier, oder wie er heißt, dann noch der Denier, der Martenia sieht auch ziemlich stark aus, Tolisso sieht natürlich bombastisch stark aus und Johnson geht eigentlich auch noch ganz gut klar, ansonsten haben wir dann nichts zu überragendes, Alsoma hat natürlich einen geilen Schusswert, muss man ganz ehrlich sagen, ist aber mit 57 Tempo unterirdisch langsam, von daher, naja, nicht so geil, Keseora sieht auch noch ganz okay aus, die Werte sind bombastisch, eigentlich für einen Bronze-Rechtsverteidiger, der wäre bestimmt, ja, ganz nice werden, wenn man den dann ziehen tut, haben kann, gewinzt hat und Ciano, abgesehen vom Tempo auf rechts, sieht eigentlich auch ganz gut aus als Bronze-Spieler, beziehungsweise für Bronze-Spieler brauchst du Pace, das hat er jetzt nicht so extrem, aber reicht an sich auf jeden Fall und sieht sehr sehr stark aus, wir gucken uns mal die Bank an, beziehungsweise die Reserve, habe ich jetzt auch mal ein Bild für euch vorbereitet, Da haben wir einmal Ludwiler, den kenne ich natürlich von Shrewsbury, an die ich ja ausgeliehen wurde, beziehungsweise, nee, an die wurde ich ja ausgeliehen, an Lutentown wurde ich ausgeliehen, Shrewsbury, mein Karrieremodus mitgemacht im Livestream, daher kenne ich Ludwiler, Ron müsste den eigentlich auch noch kennen, Gibson haben wir dann Verteidiger, Svensson als Rechtsverteidiger, sieht auch ganz stark aus, 69 Shooting auf dem Rechtsverteidiger, ist stark, hat mehr als der Stürmer Portnagin, den ich auch nicht kenne, aber der auch ganz gut aussieht, Dunn sieht richtig, richtig stark aus, mit 82 Tempo von Sheffield, 71 Dribbling, 67 Shooting, 70 Physics, geht auf jeden Fall gut, klar, Serhi, Enrich, Ja, nee, 62 Tempo macht den so ein bisschen kaputt, der Stewart sieht okay aus, aber das Dribbling ist ein bisschen niedrig, nee, Hivilsom, ja, an sich nice, vielleicht der Stürmer besser als der linker Mittelfeldspieler, weil er so langsam ist, Bonnevasia ist schneller und sieht auch allgemein sehr nice aus, allerdings eher als Sechser als zentraler Mittelfeldspieler, weil sein Schuss nicht so geil ist, Toll sieht richtig stark aus, das Handtuch, 75 Tempo, kann man auf jeden Fall machen, Liyo Yong, ist auch nicht schlecht, mit 73 Defending, 62 Shooting, auch als Linksverteidiger läuft es auf jeden Fall, und Barak, nee, Babakan, nicht Barakan, Babakan, der türkische Keeper, ich weiß gar nicht, welcher Verein das ist, sieht aber auch ganz stark aus eigentlich, Diving ist ein bisschen schlecht im Vergleich zu den anderen Stats, aber kann man auf jeden Fall machen, an sich ein nice Team of the Season, natürlich werden die Spieler, die am teuersten werden, die Naya, Johnson und Tolisso werden wohl, im Athenia würde ich mal nicht so teuer werden, und eventuell dann auch der Dunn, weil der auch ganz stark aus, sieht ansonsten nicht so extrem krass teuer oder Standout-Spieler hier dabei, da sieht das bei dem Silbermaus-Konsistent doch schon ein bisschen besser aus, wir kommen zur Startausstellung und die sieht einfach mega aus, wir haben im Tor Gabriel, der sieht, ich weiß gar nicht, wo der spielt, ist das zweite Liga, ist das Las Bezier, ich bin mir nicht ganz sicher, nee, Las Bezier ist es nicht, ich weiß nicht, wo er spielt, bin ich ganz ehrlich, ich gucke mal eben nach nebenbei, aber der sieht schon extrem geil aus, mit 88 Reflexen auf einer Silberkarte, also bitte, dazu noch ein Brassilber-Torwart und die brasilianischen Keep-Up gesehen von Diego Alves sind ja sowieso nicht so stark, also alter Schwede, da haben wir auf jeden Fall eine richtig nice Karte, weil Carpi spielt er, aber in der Serie B, ist ja ausgeliehen von Milan, glaube ich, oder verpflichtet fest von Milan, sieht auf jeden Fall extrem stark aus, Van Beek haben wir dann in der Verteidigung, sieht auch extrem geil aus, das habe ich noch nie gesehen, die Karte, aber 74 Tempo, 82 Defending, 81 Felix, geht ordentlich, klar, Wimmer genauso sehr, sehr starke Werte, nicht ganz so stark im Defending wie Van Beek, dafür noch ein Tucken schneller und ein Tucken besser, was so Dribbling und Passen angeht, Smolnikov ist ja ein Spieler, den man eventuell schon mal gesehen hat, wenn man ihn mit Hulk verlinken musste, anstelle von Anjukov, sieht auch ziemlich stark aus mit 78 Defending und sonst gute Werte, Bertrand, müsste man, glaube ich, nichts zu sagen, Bertrand, ich wollte erst Bertrand sagen, aber er ist natürlich Bertrand, der sieht einfach mega geil aus, 81 Defending auf dem Silber, Linksverteidiger kann man auf jeden Fall machen, ein Tapp, 91 Tempo, 70 Shooting, 83 Dribbling, noch deutlich besser als seine natürlich normale Silberkarte, mir fällt gerade mal auf, ist der bei einem Tapp, ist das überhaupt geupgradet, also ist das so, sind das so die Werte, die er bekommen wird, weil das sieht irgendwie noch so unvollständig aus, aber bei Gabriel muss es ja eigentlich, bei Gabriel überrascht mich das gerade am meisten, weil die normale Karte würde nie im Leben 88 Reflex haben, und jetzt bin ich gerade ein bisschen am gucken, Sekunde mal eben, Gabriel hat als normale Karte 82 Reflexe, was natürlich auch schon hoch ist und ein Tapp, aber der hat ungefähr die gleichen Werte doch normalerweise, oder bin ich da komplett falsch informiert, nee, doch nicht, hat ein bisschen weniger Shooting, ein bisschen weniger Dribbling auch, aber, ja, sieht auf jeden Fall sehr nice aus, Johannsen kommt dann als nächstes ins Spiel und der, muss ich sagen, gefällt mir an sich im Karrieremodus immer ganz gut, ich habe eine Karrieremodus Celtic gemacht, der gute Ron übrigens auch, aber so als Karte und Ultimate Team, ich weiß nicht, sieht ganz okay aus, aber jetzt würde ich jetzt nicht sagen überragend, weil, naja, ich sage mal so, sein Shootingwert als zentraler Mittelfeldspieler könnte besser sein, von daher, ja, weiß nicht, mal sehen, wie die In-Games jetzt so sind, könnte ja auch am Finishing liegen oder an der Freischusspräzision, werden wir mal sehen, Groß dann natürlich ist für mich ein Superstar, denn ich mache ja gerade einen Ingolscher Karrieremodus privat, dementsprechend bin ich ein großer Fan von Groß und, naja, werde mal schauen, wie das Ganze dann so wird, an sich natürlich eine sehr geile Karte, mal sehen, wie so seine In-Game-Stats werden, 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 äh, ja, werden werden, aber ich denke mal, das wird schon ganz gut werden, ist allgemein sehr ausgeglichen, kann man auf jeden Fall so machen, auf der rechten Seite haben wir dann Sanchez, den kenne ich auch nicht, aber der wird, denke ich mal, relativ teuer werden, obwohl er in der Argentinischen Liga spielt und Uruguayer ist, denn mit den Werten normalerweise bist du da, äh, naja, ich will jetzt nicht sagen am Arsch, aber doch schon ziemlich am Arsch, weil 90 Tempo, 78 Tempo, dazu 75 Shooting, das ist schon, also, also, wenn der nicht teuer wird, das wäre eine Überraschung für mich, ehrlich gesagt, wobei er halt in der Argentinischen Liga spielt, ne, von daher muss man mal schauen, aber, ähm, an sich könnte ich mir vorstellen, dass die Karte sehr, sehr nice wird, werde ich eventuell auch mal spielen, wenn sie halt nicht zu teuer wird, aber ich kann mir gut vorstellen, dass das nicht der Einzige ist, der hier irgendwas mit Argentinien zu tun hat, der teuer werden wird, ähm, ich glaube aber, er hat keine Forster-Skills, dann hätte ich ihn schon mal ausprobiert, naja, egal, wir kommen zum Stürmer, der hat nämlich Forster-Skills, Pablo Dybala, ey, wenn man die Silberkarte sieht, das ist so lächerlich, dass diese Karte Silber ist, der wird so unfassbar unbezahlbar werden, das gibt es überhaupt nicht, die Price-Ranges für ihn werden wahrscheinlich nicht so hoch werden, aber es wird einfach keinen auf den Markt geben, er hat schon geupgradete Karte bekommen, auf 74, die liegt schon bei 40.000, und, äh, das wird einfach, der wird vor allem nicht gezogen werden, weil niemand Silberpacks zieht, beziehungsweise bei dem Team müsste man Silberpacks ziehen, und, äh, naja, ich denke mal, Dybala wird da auf jeden Fall extrem teuer werden, aber auch extrem stark, die Werte sind unfassbar, und, äh, mal sehen, Troy Deene, kenne ich nur aus einem Video bisher, Watford ist ja aufgestiegen, beziehungsweise fast aufgestiegen, glaube ich, oder sind sie schon fest durch, bin mir gar nicht sicher, auf jeden Fall, äh, Troy Deene ist ein sehr bulliger Stürmer, hat auch 84 Physik hier, ich kenne ihn aus einem Video von Watford, eventuell kennt ihr das auch, wo Knockat, glaube ich, den Elfmeter verschießt gegen Almunia im Pokalfinale, oder im Pokalhalbfinale, und, äh, Dini, dann im Gegenzug das Tor macht, das war schon ziemlich geil, die Situation, und daher kenne ich den, und der Team of the Season sieht an sich auch ganz stark aus, schnell genug ist er, einen guten Schuss hat er natürlich auch, mit 82, Dribbling geht in Ordnung, Physik ist in Ordnung, passend natürlich low, aber kann man auf jeden Fall so machen, ähm, die Bank sieht dagegen auch sehr stark aus, da wird sich vor allem der Ron über einen Spieler freuen, ähm, ich freue mich besonders über Gaia, denn das könnte meine Prediction, äh, richtig machen, dass er ins Team of the Season der BVH reinkommt, Kuhn Suntai, noch nie gehört, sieht aber auch, ja, ne, sieht nicht so gut aus, ehrlich gesagt, Gaia sieht auch deutlich besser aus, 77 Defendinger auf dem Silberlingsverteidiger, ich meine, wir hatten einen Bronzen, der fast den gleichen Wert hatte, aber das sieht schon echt gar nicht mal so schlecht aus, mit 84 Tempo, Ringkorn haben wir dann, der sieht wirklich gar nicht mal so gut aus, Samuelsen sieht auch gar nicht mal so gut aus, wie, das sind noch niemals seine, das, also teilweise bin ich hier ein bisschen verwirrt, das können auch niemals seine normalen Stats sein, oder? Das können noch niemals die Stats sein, wenn er jetzt als Team of the Season rauskommt, die sind auch viel zu low für einen Silberspieler mit einem 74er-Rating, oder? Ich meine, das normalerweise 66, wie ich gerade sehe, anscheinend plus 3 Shooting beim Team of the Season, kann ich mir nicht vorstellen, auch nur plus 3 Defending, ich denke mal, die Werte werden nochmal überarbeitet werden, bei Samuelsen, und ich hoffe dann bei irgendwelchen anderen Spielern hier auch noch, die nicht so geil aussehen, Alvarez sieht stark aus an sich, ein bisschen langsam vielleicht, aber könnte bestimmt ganz gut werden, zweite spanische Liga schwer zu verlegen, als Venezuela, vielleicht was mit Rondon, ist der überhaupt Venezuela? Weiß ich gar nicht, sieht so aus, die Flagge, aber ich habe jetzt, ich bin die ganze Zeit nur am Nachgucken, das Video wird schon wieder unendlich lang, ich glaube, ich mache das Gold-Video als Einzelnes, ich mache das Gold-Video als Einzelnes, so, Julio Alvarez, was heißt das, das ist Venezuela natürlich, ich bin bei Numantia, leider keine 4-Star-Skills, okay, macht ihn natürlich ein bisschen wieder unattraktiver, aber gut, Freeman, ja, von, was ist das, der Bristol City müsste es sein, sieht sehr stark aus an sich, ist relativ schnell unterwegs, auf jeden Fall schon mal, ist normalerweise auch, glaube ich, gar kein zentraler Mittelfeldspieler, aber, oder zentraloffensiver Mittelfeldspieler, aber gut, von mir aus sehr gerne, hat, glaube ich, keine 4-Skills, sieht trotzdem ganz gut aus, Gashi dann, ist, glaube ich, der Top-Scorer letztes Jahr gewesen in der Liga, und bei dem haben sich immer alle aufgeregt, dass der nur so ein lowest Rating hat, und dass er ein linker Mittelfeldspieler ist, beziehungsweise, das hat er wahrscheinlich, weil er ein linker Mittelfeldspieler ist, hat 80 Finishing auf seiner normalen Karte, ich denke mal, die Team-of-the-Season-Karte wird sehr stark werden, kann man aber wohl nur als linker Stürmer spielen, weil linkes Mittelfeld ist auch verschwendet mit dem Schusswert, könnte aber auch ganz nice werden, vor allem mit Chikaui verlinkbar, Sen haben wir dann da noch, der sieht okay aus an sich, der Shooting-Wertel ist natürlich total Abfall, aber ansonsten okay, Sabitzer, der hat 4-Skills, zumindest hat er letztes Jahr 4-Skills, ich hoffe dieses Jahr auch, die Karte sieht stark aus, ist natürlich auch wieder schwer, einbaubar, er hat 3-Skills, na, Hammer, hat er letztes Jahr überhaupt 4-Skills gehabt, schauen wir mal nach, so, Sabitzer, nein, er hat 3-Skills, woher kann die denn dann, ich weiß es nicht, äh, egal, auf jeden Fall sieht die Karte ganz stark aus eigentlich, Henderson, na, der eher nicht so, sieht eher nach einem Bronzestürmer aus, mehr ehrlich zu sein, Rosenberg ist nämlich die Karte, über die sich der Ron sehr freuen wird, sieht extrem stark aus an sich, sehr ausgeglichen, kann man bestimmt mal einbauen, äh, neben dem Ibra wäre der ganz lustig, und Callum Wilson hat letztes Jahr schon Team of the Season bekommen, hat dann dieses Jahr, glaube ich, eine normale Silberkarte bekommen, die relativ niedrig geratet war, und hat wieder mal überzeugt, äh, von daher ist der Team of the Season nur noch eine Formsache, und, äh, aufgrund dessen, dass der so hoch gehen wird, auf 74 wird er definitiv nicht 65 Schulungen haben, beziehungsweise definitiv nicht die Werte haben, die er auf seiner normalen Karte hat, wie es hier ist, von daher können wir da beruhigt sein, und Rosenberg wird auch noch nicht die Werte haben, die er auf seiner normalen Karte hat, das heißt, die Werte werden auch nochmal angehoben werden, sieht auf jeden Fall sehr, sehr geil aus, und, äh, ich freue mich über das Team of the Season, schreibt mir eure Meinung in die Kommentare, wer fehlt eventuell, bei wem sagt ihr, okay, es hat er auf jeden Fall verdient, also, äh, bei den Deutschen kann ich natürlich da am besten mitsprechen, und zwar, also, Dybala ist natürlich auch verdient, Dini wahrscheinlich auch, wenn die aufgestiegen sind, Bertrand auch auf jeden Fall, bei Gaia auch auf jeden Fall, die hatte ich auch in den Predictions einigermaßen drin, bei den anderen Ligen, ich verfolge die halt nicht so aktiv, beispielsweise die englische zweite, dritte Liga, oder die österreichische, oder türkische, bin ich nicht so drin, aber, ich denke mal, ansonsten hier Bertrand, Gabriel, Wimmer, und, äh, vor allem auch Groß, und Dybala werden schon verdient sein, und, äh, ja, schreibt mir auch nochmal in die Kommentare, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, äh, vier Videos kriegt ihr heute, das ist unfassbar, bis dann, haut rein, und ciao.